Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn ich mir auch nur im Mikro reden könnte. Wäre schön, ne? Wäre schön. Wenn die mal keine Kamera sehen. Wäre viel schöner. Scheiße, die Mikros. Egal, ob wir jetzt danach Kontakt haben oder nicht, das ist so eine Erinnerung fürs Leben einfach. Das war es ja nicht alltäglich, das, was wir da hatten. Das war auf jeden Fall schön. Find's geil, mich immer so anzugucken. Wie guck ich denn? Mit irgendeinem Blick, Mann. Was für ein Blick? Mal auf damit. Ich glaube nicht. Du weißt es ganz genau. Ja, ich fühl mich auf jeden Fall in seiner Nähe wohl. Definitiv. Verarsch mich nicht, okay? Verspruch.